Open the door! Ein 60 Sekunden Video, stinklangweiliges Unboxing Video, aber vielleicht doch nicht so stinklangweilig, weil wir haben einen custom lackierten Open. Auspacken! Man denkt, er ist wie der Nado Grau mit einer kleinen Änderung, was dich dieser Kunde gewünscht hat. Den zweiten Farbton habe ich nur vergessen, wie der heißt. Grau in Grau, so viel verrate ich schon mal. Ja, das sieht edel aus. So, wie kann man das denn in dem Video zeigen? Schwierig. Dieser Schriftzug, Grau in Grau, ganz dezent. Auf der Gabel nichts drauf und so sieht er aus. Ist ja auch immer schön für mich. Alles klar. Jetzt haut er einfach mit dem Rahmen ab. Z ... Bis zum nächsten Mal.